Musik 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 Ein Applaus für ein tatenloses Halten und Abmarschieren im Krieg in das Spiel. Nun die Defilierung. Was heißt Defilierung? Dass Stabführer und Magetenten natürlich mit freundlichem Blick unseren Ehrengästen eben den Blick erweisen. Und das war jetzt das Abfalten in drei Reihen. So, und jetzt wieder zu fünft und im Normalschritt. Also eine wirklich auch dulle Tracht mit den kurzen Lederhosen. Das ist schon was Zünftiges, oder? Stimmen Sie mir zu. Auch wenn es heute keine komische Hinsicht wie vor zwei Jahren, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben, und jetzt wieder zu fünftigen, die wir jetzt nicht genannt haben,